Bei fast jeder kirchlichen Traum gibt es zum Ende eine Kollekte. Und da haben wir seit einigen Wochen den perfekten Tipp für Sie. Herzensbilder.ch Ein Charity-Projekt für Familien mit Schwerkranken, Behinderten oder zu frühgeborenen Kindern. Auch einige unserer Fotografen, unserer Filmer, unserer Visagistin sind da mit an Bord. Ich denke, es lohnt sich wirklich, hier etwas zu investieren und zu spenden. Vielen herzlichen Dank und bis dann!